ja dann start weiter geht's mit unseren schönen wie hieße wendy wendy ja mit wendy ja dann machen wir weiter kontinuiert wegen der stimme und so weiter also sprich meine stimme wenn ich zu leise klingelt tut mir leid wenn ich zu laut bin tut mir auch leid aber ich mache gerade eine aufnahmesession nach der anderen und da bin ich noch nicht so richtig da sage ich jetzt mal was wollten wir eigentlich machen wir brauchen essen jede menge essen und müssen irgendwie unser zeug noch wegpacken und vielleicht noch probieren ein bisschen was immer so noch hinzukriegen und naja wir werden jetzt auch mal ein bisschen unser überleben sichern hier so deswegen werden wir jetzt hier erstmal die ganzen mission ja fräulein flöten stimme ich muss sagen ich mag die irgendwie das ist bis jetzt ist es eigentlich mit einer von den besten laufen und ich will unbedingt ausprobieren weiter noch mehr zu kriegen und wenn es dann eben halt heißt dass ich hier mal komplett den ganzen bald hier abhacken muss ja gut okay den können wir auch noch fällen dann machen wir uns hier eine richtig schöne große wie soll ich sagen basis auf ich finde es eben halt wirklich das mies dass man hier ein leben bloß hat aber naja was soll man machen kompress auf holz klopfen ne ja ja ha ist ja schön ich habe gerade eben das letzte bisschen tom weiter aufgenommen und bin hier gerade jetzt noch so nebenbei dachte ich mir ach komm machst mal weiter da uns darf ich wollte eigentlich gestern aufnehmen aber ich weiß dann amt zu müde da habe ich dann gedacht mir ich hab keinen platz mehr ich hab keinen platz mehr ich habãojd naarROAT origemana mehr platz so äh wir bauen uns jetzt erst mal noch ein paar kisten würde ich mal sagen So, das nehmen wir jetzt alles mal noch auf Wo haben wir denn? Fünfe Haben wir nicht noch mehr Holz oder so? Ich würde schon sagen So Ja, ich weiß, du kannst dich mehr ertragen What the hell? Wo kommt die jetzt so viel mal her? Na los, komm, greif an Einmal draufgehauen So Verdammt, nein Nein, 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 nein Das ist unfair, was ihr gemacht Also mit Ema Komm, Belt nochmal Belt Nein Nein Ich will nicht sterben Was soll der Rotz? Könnt ihr euch nicht irgendwie eure eigenen Leute zulegen oder sowas? Mist Oh Mann, jetzt trifft er mal Okay, wir sind fast tot Und Ey, ich will die Runde so nicht enden lassen Warum? Oh Mann Ich meine, ich könnte so übelst lange wegrennen, ja Fuck it Ich könnte jetzt mal aufhören, mich bitte zu verfolgen Was soll das denn jetzt auf einmal? Die Nacht ist auch fast da Und Ich könnte schon wieder kotzen Da liegt noch irgendwie Zeug von mir Und Ich weiß noch nicht mal, wo ich hinrennen soll Kann mir hier nicht mal irgendjemand helfen, bitte Das wird ein reines Wegrenn-Part Was soll der scheiß schöne Wörter? Da läuft endlich mal eine Runde richtig geil Und dann Wird nur auf jeden Fall angegriffen So aus nichts Sorry Leute, dass ich jetzt gerade so ruhig bin Aber mich kriegt das gerade ein bisschen auf Schön, dass man hier noch Essen findet Und was ist ich nicht noch alles Aber Was bringt mir das? Kann mir mal bitte jemand helfen? Irgendjemand Irgendjemand Komm Komm Neue Runde Ey, das Das darf echt nicht wahr sein Wir hatten so viel Das war Ernsthaft Einfach so aus nichts Das ist so Ja, ist okay Halt die Fresse Och, ein neues Ja, komm Mach du gleich eine Axt Na ja Neue Session Neues Glück Neue Aufnahme Und die Musik Und die Musik passt ja auch gerade so schön im Hintergrund Ich rieb mich gerade richtig oft darüber Wieso? So aus So Nichts Viecher kommen einfach an die Rand Und ich denke mir so Hä? Wir haben diesmal so eine scheiß Welt erwischt, wo übelst lange dunkel ist Oder später Abend Mal hang wie Ja, dann ist was Ich werde mich jetzt hier erstmal richtig schön versuchen mit allem möglichen Zeug Ich meine ich weiß, dass sie nicht stark ist, trotzdem Vielleicht läuft die Runde sich mal ein bisschen besser Ne, aber ernsthaft Das hätte ich den Eintag dann auch zu Ende führen können Hätte ich das gewusst Das hätte ich das Too close Lass mich aber erstmal, wenn ich so eine schöne Bäume finden Sind das so welche hier? Die Kastanien hinterlassen Ja Aber warum? Das ist Ich glaube, das Spiel geht doch irgendwie nach Jahreszeiten Und wir müssten jetzt so Frühling Sein vielleicht Darum sind die ganzen Bäume hier auch grün Kann das Sinn? Wie gesagt, ich habe mich über das Spiel nie informiert Und ich werde es wahrscheinlich auch nie machen, weil Ich mag das Spiel ja Deswegen werde ich mich auch nicht informieren Ne, keine Ahnung Ich Ich Saß nicht so als große Wissenschaft an, mich darüber zu informieren Wie das Spiel funktioniert So an sich Ich habe ein paar kleine Runden am Anfang alleine gespielt Klar Nee Oh nein Bevor hier wieder so ein Baum aufsteht Nee Da gehen wir doch mal ein bisschen weiter Hö Ja Und natürlich dadurch, dass es jetzt länger dunkel ist Äh Sinkt natürlich auch schneller unseres Sagt schon Hups Und äh Ja Unser Mind Ich hoffe nur, das bessert sich noch nicht, dass es dann noch länger wird Das ist noch längere Dämmerungszeit gibt Yay So, hier haben wir auch sonderliche Bäume Aber wir haben hier noch genug Äste Die nehmen wir dann auch mal Ah Mehr Kastanienbäume Mehr Fude Warte Basteln wir schnell noch eher So Ist ja auch geil, wenn es hier sowas wie Apfelbäume geben würde Na hopp Nehmen wir das auch noch mit Chop, 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 chop Hopp Oh, da wird man Ja Wirst du schon recht haben, Mädel Tut mir leid, aber ich habe mich gerade verschluckt Nein Du willst das Ding nehmen, genau Und die Kastanie Und hier haben wir nicht weiter Dort noch mal Steine Wo Gold drin ist Die bauen wir in der Nacht ab Und ich weiß, wie man da rüberkommt Mit der F Äh, ja Ich glaube, von da drüben kommt man her Also von hier so lang Na, dann nehmen wir jetzt noch die restlichen Bärchen mit Und pflanzen uns mal schnell ein Lagerfeuer hier drüben hin Oder? Na, liebst du dich jetzt noch ein weichen Rennen, aber Ja, gut Na, los, nimm's mit So, Lagerfeuer Ach man, und jetzt muss es noch anfangen mit regnen Hm, ich habe ein Glück heute So Äh, ja Bestimmt erst mal kochen Kann das vielleicht doch Sinn, weil die verflucht ist von ihrer Schwester Äh, dass deswegen die Viecher auf einmal aufgetaucht sind Hm Wäre auf jeden Fall eine Tatsache der Möglichkeit Ach, hier kommt, ist die Bären Ist Ist Nochmal Komm nochmal Ach, komm hier So Hm, da wär's Äh, ein bisschen ordnen Hier kommen Da hält's auf jeden Fall ein bisschen Ach stimmt, die kann man ja auch noch braten Guck Ich höre da unten irgendwas klopfen Hm Gut, wenn ihr's auch gehört habt Schön Ich weiß nicht, wo es herkommt Ich weiß nicht, wo es herkommt Ich weiß nicht, wo es herkommt